Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Wir haben leider unseren guten Gaul verloren. Hätten wir irgendwie doch in die Stelle bringen sollen zum Speichern und Namen vergeben. Naja, McHorseface ist uns noch geblieben. Aber wir schauen mal unterwegs jetzt zum Missionsmarker, ob wir nicht irgendwas besseres finden. Bin fast der Überzeugung, das wird nicht schwer, irgendeinen besseren Ersatz zu finden. Naja, schauen wir mal nach. Außerdem ist mein Pferd gerade noch ein bisschen angeschlagen vom letzten Ausritt. So, ein Haferplättchen macht doch alles wieder gut. Schön Waffe ausrüsten und dann können wir eigentlich Richtung Valentine reiten. Ich glaube, da ist der Marker. Vielleicht, nee, du bist nur ein Wedelhirsch. Du bist kein Pferd. Vielleicht bist du ein guter Weißwedelhirsch. Dann kann man dich gleich verkaufen. Komm schon. Nicht abhauen. Ah, zwei Sternchen. Das reicht noch nicht. Oh, da ist aber eine große Kutsche. Könnte man die jetzt schon verscherbeln, wäre das echt verlockend. Ja, da müssen wir die Story noch ein bisschen weitermachen, um das zu können. Geier. Was zum Geier ist hier denn? Oh, oh, oh. Stimmt, das war die Brücke. Ja, das sieht hier nicht gut aus. Interessant. Also, hier gibt es sehr viel Blut. Ist das eine Niere? Oder nur ein Stein, auf den rote Soße getropft ist. Auf jeden Fall, der arme Bursche, dem geht es nicht so gut. Da fehlt praktisch alles, was lebensnotwendig ist. Einen Psychopath, der hier rumwandert. Arthur nicht direkt runter. Das ist echt krank, was hier passiert ist. Aber, wir können eigentlich hier den Hinweisen folgen. Und da ist die Schriftrolle. Oh je. So ein armer Teufel. Ich glaube, der ist tot. War nicht gut befestigt. Sagt mir noch nichts. Teil einer Karte. Weglegen. Weiß gar nicht, ob ich das jemals aufgeklärt habe. Look on my works. Schau dir meine Arbeiten an. Oh je. Sammle die passenden Teile der zerrissenen Landkarte, um das Geheimnis zu lüften. Kann ich nicht einfach der Fährte folgen? Oh je. Oh je. Hier liegt auch noch ein Stück Darm. Und dann verlassen sie ihn. Keine Fährte mehr. Na gut, da muss man mehr monströse Sachen finden, um das Geheimnis zu lösen. Oh, da gibt es zwei coole Pferdchen. Da reiten wir mal kurz vorbei. Schaffen wir es da rüber? Ja, das sieht doch gut aus. Und auch da würde ich gerne ausrauben. Aber lohnt noch nicht. Lohnt sich einfach noch nicht. So, wo sind die anderen zwei denn hin? Mein Pferd ist schmutzig. Vielleicht hat es schmutzige Gedanken, aber mehr wird ja nicht passiert sein. Oh, das weiße wäre schon cool, aber wie bei allem Weißen, das Pferd verschmutzt so schnell. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Kann ich hier nicht markieren. Merkwürdig. Warte mal damit noch. Ich hatte mal eins der guten weißen Pferde hier und das wurde echt... Das war eher ein graues Pferd. Ich bin nicht so der Pferdehygiene hinterher, wie ich sein sollte. Deswegen lieber ein schwarzes Pferd oder so. Fellpflege ist um Vielfaches leichter. So. Ja, auch ein guter Gaul. Wenn man wahrscheinlich wieder Arbeitspferd und nicht wirklich... Was? Wir sind nicht da füreinander. Nations for the poor. Kriege ich auch was? Ich bin auch arm. Hi. Äh, mir selbst. Oh je, der Husten. Alles gut, alles gut. Kann man dir helfen? Eine Broschüre. Und einmal lesen. Eine neue philandrophische Organisation. Bla, bla, bla. Süchtige Gepflogenheiten? Nee. Ich bin ja für unzüchtige Gepflogenheiten. So. Das ist nix für mich. Naja, ich hab selbst kein Geld. So, dann einmal in den Pub ist glaube ich 11 Uhr morgens. Lasst uns was trinken. Oh. Das hier ist ja der Pub. Der Saloon. Oh, hier gibt's Beef Chili. Das brennt glaube ich zweimal. Hi, da sind wir drauf. Hi Jungs. Arthur, Arthur, komm her. Komm her, komm her. Ich will dich um unsere Freunde treffen. Bitte, nirgst du dich. Schöne Freunde. Boy, bist du nur der schwerste Tick-Mountain-Man. Oh, du bist kalt, Anastasia. Oh, mein Pussis kenne ich mich aus. Zumindest schüchtern die mich ein. Oh. Das war nix. Ich hab ein Hähnchen mit den Frauen. Hey, du hast einen schönen Weg mit den Frauen, Amigo. Ja, ein regularer Dandy und ein Charmer. Wo ist Bill? Oh, Mann. Ich drehe mich über das. Hey, hey, hey. Hey, schau, wo du gehst. Hey, geh'n los. Hey, geh'n los, pal. 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 Yay, Bar-Schlägerei. Äh, F umzuschlagen. Da hast du ruhig um zu blocken. Ich drück' doch F. Äh, A und D und R. Ah, jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Fall um, Kollege. Fall um. Oh, umgefallen. Dem muss ich helfen. Bestimmt ihn. Weg von meinem Kumpel, Kumpel. Oh, 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 der ist K.O. Der ist K.O. Gar nix. Oh je. Oh je. Lass mich raus, ich muss meinem Freund helfen. Ich drück' doch F. Ich drück' F. Und gute Nacht. Oh, oh. Dann muss Bill allein klarkommen. Nicht aus F... Nein. Die Glasscherben. Wieso regnet's jetzt? Wir haben so schöner Tag. Lass das. Und alle sehen zu. Toll. Nein. Nein, keine Kopfnuss. Äh, ich versuch's. Nein. Boah, ist das ein Kavinsmann. Also der ist nicht fett, aber der ist stark. Ich bin fett und nicht stark. Ich kenne also den Unterschied. Gewinn' ich? Ich glaub' ich gewinn' ich. Au, 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 au. Befreien, befreien, befreien. Befreien, befreien, befreien. Komm schon. Hau ihn mir in die Leiste. Nein. Lass das. Lass das. Hau ihn mir in die Leiste gegend. So. Und. Immer auf die Rübe. Hau ihn mir in die Leiste. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Hey, come on, stop. Stop! Stop! Please, please. Please. I beg you. Stop. Come, sir. You won the fight already. Surely, that's enough. Well, business isn't yours. Business. No business, sir. But please, I beg you. Er hat doch angefangen. Gut, eigentlich hat Bill angefangen. Making new friends again, I see, Arthur. Oh. Look who we found sniffing about. Magier. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. He would make a sense of a man. Quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. Ja, wir sind abgehauen. Ah, Javier and Charles, I've missed you. And Bill looking as well as can be. Gentlemen, always a pleasure. You're right. Ja, ebenso. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him. Yes, I have. He's being held by some bounty hunters. Oh, das ist nicht nett. We're trying to see, how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater. But there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater. Ah. Pff. Well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place. But if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you, they want Dutch. Always is. Charles, go find out what you can. Carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. What about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? So, rein in die Waschtonne. Ich glaube, wir reiten nochmal in den Fluss. So können wir ja uns nirgends mehr hier hintrauen. Ist das eine Bronze-Medaille? Oder ist das Gold? Ah, Gold! Hab ich mir verdient. So, kann ich jetzt eigentlich hier rein und looten? Hat jemand was dagegen? Oh, die Leichen haben was dagegen. Looten. Looten. Die sind ja nur K.O. gegangen. Das sind ja keine Leichen. War ja nur eine Schlägerei. Ist das überhaupt mein Hut? Naja, egal. Man muss immer auf der Hut sein. Essen. Also die Mandeln. Na ja, gut. Jam, 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 jam. Gut für die Gesundheit. Dann raus hier. Hätte ich aber ganz gern beklaut, muss ich sagen. So, wo ist mein Goal? Oh, was ist denn hier los? Wieder ein Fragezeichen. Entschuldigung. Ach, der Veteran. Servus. Ach, der will grad gar nichts von mir. Doch auch. Soll sie's gar nicht aus. Ja, ja. Oh, der freut sich, meine Ehre. Okay. Ja, gleichfalls. Spaß meines Lebens. Äh, ich wär davor in die Waschmaschine gestiegen. Aber natürlich. Kalte Männerumarmung hier. Ja, das stimmt. Ja, vor allem nackt habt ihr das getan. Oh, so traurig sind die gar nicht. Kommt da noch was? Na gut. Frohe Schaffen. So, und da ist ein Fragezeichen unter dem Hotfood-Schild. Vielleicht können wir auch mal was essen. Hunger hätte ich mal wieder. Und mir? Nee, ich will kein Hafer schleim. Come on, sir, try to remember what really happened at Sylvia's Saloon back in 76. Just a lot of bunk, Plato. It's just a lot of bunk. It's not bunk, Mr. Calloway, sir. Who's your friend there? Put that in your fucking book, Plato. This is Jim Boy Calloway. The Jim Boy Calloway. Hey, nee, nee. The Gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Luzi Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. How's that going? I think I prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me, and I could be set free from ever having to speak to him again. He mag and trippy. And something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win, freedom or glory. That's brilliant. I'm going to write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame? Ah, I don't think so. Strange. But you like fortune? I'm not sure. Okay. And forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. Ich auch. This book, I've got to make a thing of it. And, well, there's a whole list of gunfighters, legends, every last one. Darf ich die umbringen? Gimit Granger, Flacco Hernandez, Billy Midnight, Black Bell. Never heard of them. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get up at the... Shoot them. I can't believe I just said that, but you want me to go and find some sad, deluded fools like him. Ask if he was the greatest. And then if they get up at the... Shoot them. Okay, das reicht mir. Er zahlt viel. Wow. Hey, was hat mich 50 Cent gekostet? Oh, egal. Da ist ja mein Gaul. Oh, da ist auch ein Gaul. Aber der sieht besser aus. Was bist du denn? Ein Morgen. Geschwindigkeit und Beschleunigung kann ausgebaut werden, glaube ich. Und was ist mit dir, mein McHorse Face? Ah, du bist auch ein Morgen. Okay. Entschuldigung, Michter. Der sieht cooler aus hier. Ah. Na gut. Jetzt nicht. Ein andermal gerne. So, dann schauen wir noch mal hier. Doch Valentine. Der Saloon hat immer noch geschlossen. Schlägerei hat er echt nicht gut verkraftet. Hey. Das ist genau so ein Gaul wie meiner. Sieht auch scheiße aus. Naja, wir schalten ja auch bessere Pferde frei. Ich glaube, das ist das Arbeitspferd, oder? Schauen wir uns das mal an. Es geht eigentlich. Kentucky Sädler und Geschwindigkeit und Beschleunigung ausbaufähig. Ein schönes, schwarzes Pferd. Hier ist so die Theatergegend. Die habe ich immer ein bisschen ignoriert. Weiß auch nicht, warum. So, wir müssen irgendwas am Camp machen. Ansonsten müssen wir irgendwas stiehlen. Wir müssen ja zu Geld kommen. So. Ah, da ist auch weiße Punkte. Feinde. Oh, ich schieße auf den Stamm der Leben. Was macht ihr hier für eine Scheiße? Da lebt noch einer. Da bist du ja. Aha. Sehr gut. Gern geschehen, Jungs. Ihr dürft mich jetzt bezahlen. Ja, ganz gut für euch. Boah. Ich loot die mal. So, da liegt ein Revolver. Darunter liegt kein Revolver-Hild. Och, ich will den doch nicht aufheben. Ich will ihn plündern. Ah. Hätte ich auch die richtige Taste drücken müssen. Wer weiß das schon. So. Silberne Taschenuhr. Das höre ich gern. So. Äh. Starke Arznei. Die können wir irgendwann auch gebrauchen. Und nochmal eine Plünderung hier. Sind das eigentlich O'Driskels oder normale Straßengängster? Da stehen zumindest fremde Personen dran. Bei den O'Driskels steht das ja auch jeweils dran. Wenn es welche wären. So. Wenigstens hatten die ordentlich Arznei dabei. Hat sich gereimt. So. Dann. Groß weiterschaffen. Oder der blinkt noch. Weiß will er noch was von mir. Na. Bevor er verschwindet. Okay. Den Ratschlag hat er vielleicht noch gebraucht. So. Keine Ahnung. So. Ja. McHorse Face. Ganz schön dunkel grad. Könnten ja auch eigentlich ein Camp aufschlagen. Ah. Unser Camp ist gar nicht so weit entfernt. Und vielleicht begegnen mir bei Nacht. Irgendwie doch noch einem armen Trottel. Der sein Geld loswerden will. Diesmal bin es hoffentlich nicht ich. So. Oder einem neuen Gaul. Also. Ich weiß. Ich habe jetzt mich zwei, dreimal quergestellt. Aber wäre trotzdem nicht so schlecht. Ich nehme auch einen ohne Papiere. Ah. Und hier würde ich sagen. Hey there. Can I have a word? Whoa. Wollt das Pferd scannen. Warum muss immer ein cooles Pferd jemand anderem gehören? Wieso kann ein cooles Pferd nicht mir gehören? Ja. Nur aufpassen, dass wir nicht vom Zug erfasst werden. Davon erholen wir uns nicht so schnell. So. Gleich wieder am Camp. Und wir können noch ein bisschen was zum Happa Happa machen mit mir. Komm her, du Wedel-Hirsch. Ah, scheiße. Was? Wo habe ich denn da hingeworfen? Ne? Ja, bist du. Ja. Boah. Ne, du bist ein Gabel. Irgendwas. Du kommst auf jeden Fall auf eine Gabel. Halt doch mal an. Oh Gott. Oh mein. Ich habe es nicht so mit dem Zielen heute. Deswegen sollte man das mit dem Bogen erlegen. Komm schon. Das liegt auch ein bisschen am Gaul, würde ich sagen. Du bist unschuldig. Der hat gesagt, der ist unschuldig. Könnt ihn doch nicht einfach wegführen. Komm schon. Oh je. Das geht auf die Ehre. Entschuldigung, ihr Gesetzeshüter. Ja, ist ja gut. Ja, bist denn du? Ja, natürlich. Gern geschehen. Das klingt gut. Ja, danke auch. Und du hast das Pferd schon abgeschnallt, das ich gerade klauen wollte. Abgegriffner repetieren. Ja, mehr damit. Kann ich den nicht nehmen? Hä? Tapp, 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 tapp. Will er nicht. Will er einfach nicht. Habt ihr noch Loot für mich? So, das ist gar nicht so schlecht. Das sieht jetzt so aus, als ob Indianer das gemacht hätten. Doch, jetzt konnte ich ihn aufheben. Oh, vorsichtig. So, kann ich da hoch? Ich will die doch ausrauben. Ah, scheiße. Na, komm her, du Gaul. Schnell vom Ort des Verbrechens weg. Uh, da gibt es Wildpferde. Rein in den Lasaggetopf mit dir. Sind das... Das ist kein Wildpferd. Das ist ein... Doch, das sind Wildpferde. Ich dachte gerade, das ist ein Stein. Sieht aber interessant aus. Buttermilch. Warum nicht? Und was haben wir hier? Vorsichtig. Ah, das ist dieses abgefragte Öl-Ding. Ich glaube, hier kann man eine Skizze machen. Und was looten? Was looten? Ich steh auf Loot. Ich steh doch so auf Loot. Ja, Bauwerk untersuchen. Ist das nicht schön. Jetzt kann Arthur sich mal wieder verkünsteln. Wir sehen natürlich nicht, dass er es zeichnet. Okay. Bandenereignisse anzeigen. Nein, danke. So. Haben wir hier noch irgendwas? Was? Ich glaube, eine Leiche liegt auch irgendwo. Ich meine, das ist der wilde Westen. Irgendwo sind immer Leichen. So, da liegt doch der arme Tropf. Ah, den kann ich plündern. Und ich dachte schon, die Mechanik wäre nicht mehr da. Der sieht aber nicht so gut aus. Das ist ein Brief. Den kann ich mir ansehen. Lesen. Lieber Mr. Varley. Es ist äußerst bedauerlich, dass sie die diversen ausgesprochenen großzügigen Kaufangebote der Cornwall-Kerosin-Teer-Werke abgelehnt haben. Okay. Da wurde wahrscheinlich das anders gelöst, dass er nicht verkaufen wollte. Das kennen wir ja schon. So. Dann haben wir hier was? Gemahlener Kaffee. Besser als ungemalener Kaffee. Er bleibt so auf dem Hals stecken. So. Und da ist das Arznei. Ist das Hartonicum. Ich würde es gerne herausfinden. Oh, und eine Schatulle. Ginseng-Elixier. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Vielleicht irgendeine Arznei. So. Eine Schatulle. Dusengemüse. Ja, toll. Das war nicht so wertvoll. Vitaminreich, aber nicht wertvoll. Ah, der gute Brandy. Den nehme ich mit. Was bist du denn? Was für ein Tier bist du? Und wo bist du hin? Ja, ist es. Ah, scheiße. Muss echt besser werden. Mit dem Zielen. Und hier. Aber zumindest runter können wir. Eine Laterne wäre hilfreich. Keine dabei wahrscheinlich. Ja. Hängt auf dem Pferd. Wie alles. Ah, Saurierknochen. Stimmt. Die waren hier unten auch. Haben wir schon mal eine zusätzliche Stelle gefunden. So. Irgendwas wertvolles noch hier. Äh. Äh. Ne, gut. Ich glaube, damit haben wir das hier abgehakt. Da hinten ist ein Lagerfeuer. Und irgendwo sind doch die Weißwiedelhirsche hin. Direkt vor mir ist, glaube ich, einer. Komm schon. Solange er sich entspannt. Ja. Aber auch kein guter. Ja, ist ja gut. Aber tut er Gesundheit gut. So. Schade, dass der so ein niedriges Level hat. Dann spenden wir es dem Camp. Zum Essen immer noch gut genug. Komm mal her, McHorseface. Echt? Ich muss jetzt zu dir rüber galoppieren, um das aufzuladen. Stell dich mal nicht so an. Einmal verstaut. Ja, bestimmt einen ganz schön warmen und verschwitzten Arsch. So viele Pilzlagen, die da drauf sind. So. Dann kühlen wir das mal. Naja. Kann nicht alle Teile dieses Tieres verarbeiten. Das ist schon in Ordnung. So, auf zum Camp. Da wird Pearson sich nicht unbedingt freuen. Aber hat der arme Tropf zumindest was zum Arbeiten. Dann kann er wieder eine deftige Suppe draus machen. Ist das ein Pferd für mich? Das sieht doch cool aus, oder? Entschuldigung, Gentleman. Was? Oh, ich darf glaube ich nicht zu nah am Camp Leute drangsalieren. Ups. Aber, das war eine Schnellreise zum Camp. Und der Gaul ist auch noch drauf. Wunderbar. Alles geklappt, wie sollte. Außer, dass ich das gute Pferd nicht bekommen habe. Ein Jammer. Spenden, natürlich immer. Jaja, hier Fledermäuse. Davon will ich aber nichts essen. Und hier Scheißpilze. Die Guten behalte ich. Bärenklau behalte ich wohl. Gern geschehen. Ihr habt immer noch nicht genügend zu essen. So, gleich eine Quest von unserem Kleingefangenen. Oh, und wieder schwere Arbeit von Anke. So, ja, Eintopf wird zubereitet. Bedrohen oder verärgern? Oh, bedrohen. Spenden, nicht schreien, Junge. Spenden, über deine Familie. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Hey, das klingt nicht gut. Oh, don't worry. You're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, Unix was among the happiest and most loyal of courtiers. Oh, you kidding me, right? Of course. You sick bastards! Oh, where you are from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas all. Okay, okay, listen. Ich würd davor reden. Das überrascht mich nicht. Sehr gut, hat er seine Eier noch und wir kriegen was zum Schießen. Let's both hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. Oh, das will ich ja auch haben. Are you sure as shit was? John, Phil, come here. We got a social call needs making. Where are we heading? Uh, we're up into the hills behind Valentine. Well, I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. You gotta pay your buddies our respect. Hmm. You taking us to Colm? That's what he says. Come on. I'm taking you to him. Look, I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are, it's up past Valentine. Alright. Come here. I'm going to be a bully, Arthur Morgan. Okay, take it easy. Ja, ich wollte eigentlich umdrehen. Ah, scheiße. Come here, horseface. Here. Yep, yep. Yep, yep. Das geht wieder auf meine Missionszeit. Na komm, du sturer Esel. So. Auf geht's, Jungs. Ich bin soweit. Information. Ich glaube, wir riechen alle nicht so besonders gut. Ich rieche wie Horseshit. Das ist richtig. Boy, are you high. Morgan. You got throwing knives in your Saddlebag. Danke schön. I was asked to give them. And I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me, instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it. Last goddamn favor I do you. Hey, 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 if I got my bearings, it's over here. Yeah, I know this country, take this track up through the rocks. Na ja, gut. Boah, das Reden ist immer schwierig. Ich muss nämlich mit rechts zielen und dann verreite ich mich. You damn well should be after all that bed rest. Hey, all right. Abigail wouldn't let me up. You know her. She won't be reasoned with. Well, when you was having a failure of reason, hiding behind your woman, we were getting shot at. And I'd do the same for you, if you was in a bad way. I hope so. But I fear you don't know how to help anyone. Oh, die Arthriss zieht die Stimmung wieder runter. Äh, Jungs? Also, das ist noch allerweise nicht Bestandteil, dem ist hier. Oh, je. Na ja, sie haben es wieder sortiert bekommen. Nix passiert, nix passiert. Ha, wirklich, noch nie passiert. Und in die Mission habe ich schon öfter gespielt. Hey, was ist da gestorben? Hey. Hey. Ja, ich würde sagen, dass du viel über die O'Driskels nicht wissen. Aber vielleicht weiß ich mehr über dich, als du über sie wissen. Und ich weiß alles über sie, also... Sag uns dann, wie sind wir die Mongrel-Dogs wie sie? Du bist wie sie, 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 du bist wie schwer, du bist. Du bist wie die Wahrheit, die Natur, du bist für dich selbst... Du bist wie sie, du bist wie ein O'Driskel, O'Driskel. Du bist um zu überleben. Wir sind um zu leben. Frei. Colum ist ein sneak-thief und ein killer. Dutch ist... Dutch ist mehr wie ein Lehrer. Von woher ich bin, du sahst das gleiche als alles. Dann sahst du, aber du hast nicht gesehen. Okay, jetzt, kut! Hier, hier, hier. Wir gehen durch die Hälfte, in die Forrest. Da gibt es auch vier, dich. Na gut, da bin ich am besten im Haar zuschlagen. Okay, bei mir. Mit dir, Morgan! Okay, dann. Durch die Tren hier. So, gleich mal die passende Waffe rausholen. Waffe. Bogen brauche ich nicht. Laterne brauche ich nicht. Hat ich nicht Wurfmesser? Da sind Wurfmesser. So, aber ich brauche die Waffe. Ja, ja, ich habe mich schon ausgerüstet, Spiel. Aber danke für den Hinweis. Vielleicht sollte ich uns doch Schüsse ankündigen. Ich muss was essen, mein Deadeye is. Das wird eventuell gebraucht werden. Muss ich aufladen. Ja, wir werden hier noch bisschen was fressen, bevor es so richtig losgeht. Ohne Wasserofen. Schade mir überhaupt nicht. Bin doch da. Ja. Das stimmt. Nein, noch nichts. Wieso bin ich so langsam im Vergleich zu euch? Okay. Okay, gut down. Getschie's over. Gabin ist nicht cleanin' da. Gabin ist nicht cleanin' da. Es gibt ein paar Fehlers. Hidin' da auch. Es gibt ein paar Fehlers. Es sind die Fehlers armiert? Armiert? Drunk? Where are your strangers? Yep. Und call him Modriskel? Er wird in dieser cabin geflogen. Er wird geflogen. Er wird geflogen, blind. Er wird wohl nicht. Und dort. Wer kommt. Wer kommt? Wer wird es sagen? Wer wird es sagen? Wer wird es sagen? Oh. Let me think. Der Fehlers, der spookt das Spiel. Ich denke. Ich werde es drennen. Ich werde aufpassen. Nein. Wir werden nicht dafür fallen. Wir werden warten, damit du dir selbst erzählen kannst. Ja, ja, ja. O'Driscoll 1, O'Driscoll 2. Okay. Wir schalten eh alle aus. Habt die perfekte Taktik dafür. So, den nehm ich. Mit dem Wurfmesser. Ja. Sie können auch ausrüsten. Ja, ist ja gut, Jungs. Gleich hat das Warten ein Ende. Ah, ich muss die looten. Ganz vergessen. Plündern. Der Spieler ist so wenig Zeit dafür. Kommt immer das... Die Gesetzeshüter im falschen Moment. Gerade, weil man noch mitten seine Griffelchen in den Leichen hat. Zumindest in deren Taschen. Oh, nimmst das Wurfmesser auch bitte wieder mit. Das ist noch gut. Ich hätte gesagt, das ist noch gut. Uh, ich habe Zigaretten bekommen. Ne, das ist tödlich. So. So. Wir können schon machen. Marston. Okay. Get your hands dirty for a change. Jo. Jesus. Da hat er aufgestaute Aggressionen gehabt. Wo ist denn eigentlich unser Freund? Ja. Ich bin soweit. Komm schon. Ich dachte, es geht hoch. Neun. Komm schon. Ich habe extra viel gefressen, dass ich das machen kann. Nach Scheißbaumstamm. Au. Au. Getroffen. Daneben geschossen. Getroffen. Wie wollt ihr in der Cabin? Nachladen. Treffer. Nicht getroffen. Getroffen. Wie seid ihr denn, Jungs? Da ist einer. Mist. Komm schon. Ich brauche eine MG oder sowas. Aha. In die Phrase. Nochmal in die Phrase. Nochmal in die Phrase. Nochmal in die Phrase. Obwohl das war ja auf dem Buskort. Komm schon. Ja. Nein. Wir müssen alle ausschalten. Mehr Loot für uns. Das wollte ich gerade auch fragen. Jo. Ja. Lass mich erstmal hier looten. Sonst behalten. Sonst behaltet ihr doch wieder alles. Kenn euch doch. Irgendwas zum Aufheben. Hier sieht nicht so aus. Man kann unseren Bandenmitgliedern nicht so sehr vertrauen. Wir brauchen nämlich auch das Zeug. Ja. Jetzt chill mal. Hast nur Angst, dass man dir deinen Loot wegnimmt. Na gut. Ist da noch eine Schatulle? Nee. Dann rein in die Kabine mit uns. Cool. Er hätte gleich schießen sollen. Sieht ein bisschen aus wie mein Mathe-Prof an der Uni. Alter, mein ehemaliger. Das hätte er nicht verdient. Der war eigentlich ganz gut. Holm O'Driscoll. Er ist hier. Er ist hier. Du hast uns auf. Komm her. Was? Du hast uns auf. No, ich habe ihn. Du hast. Holm O'Driscoll nicht hier. Er war hier, ich habe hier. Ich habe hier. Ich wäre hier. Ich wäre. Wenn ich dich dich auf hätte, würde ich nicht mehr schlafen. Das ist ein guter Punkt, Arthur. All right, dann. Geh raus. Ich werde dich nicht auf. Ich werde dich nicht auf. Ich werde dich verletzen. Ich habe dich verletzelt. Das stimmt. Na gut. Mehr Loot für mich. Loot, Loot, Loot. Oh, was haben wir denn hier? Kekse! Flintenmunition. Ich kenne Kekswichsen, aber ich kenne kein Flintenmunitionwichsen. So. Kentucky Bourbon. Ne, kann ich nicht nehmen. Wir nehmen das Dosenobst anscheinend. Das sieht aus wie eine Schatulle, die ich öffnen kann. Welch haben wir denn hier drin? Ginseng. Na, wem schmeckt? So. Geld? Wo Geld? Das Geld liegt auf der Straße. Ich glaub's ja nicht. Ja, hier liegt auch Geld. Mehr Geld? Ja, alles meins. Alles meins. Kann die Bande mich mal kreuzweise? Das habe ich gefunden. So. Doppelläufige Flinte. Neue Waffe für mich. Ja, Waffenrad. Wunderbar. Ach, die muss ich warten. Hab doch schon so lange gewartet. Äh, reinigen. Mal schön sauber machen. Und mit Ehr beschleunigen wir das Ganze. Ja, die blitzt ja wieder. Und zurück. Wunderbar. Kamin durchsuchen. Hier mit dem guten Zeug. 600 Dollar. Ich wünschte, ich müsste es nicht teilen. Ah, scheiße. Und die Mission ist nur Bronze. So ein Mist. Mal sonst noch irgendwas? Ich glaube nein. Ich glaube nein. Wir sind hier fertig. Da liegt noch der arme Tropf, der mich erschießen wollte. Vielleicht hatte der noch was. Tja. Und dann werden wir wohl verschwinden, die Bussen. Ja. Wenn ich es richtig im Kopf habe, kommen wirklich demnächst die Setzeshüter. Aber die drei wurden anscheinend nicht gelootet. Deswegen sollten wir unseren heutigen Clan-Mitgliedern, äh, unseren Banden-Mitgliedern nicht so ohne weiteres trauen. Guck mal, Goldener Ehring. Der ist bestimmt eine Mille wert. Ne. Das nicht, aber... Vielleicht 5 Dollar. Wer 5 Dollar nicht ehrt, ist die 10 Dollar nicht wert. So. Schnell weg hier, bevor wirklich die Setzeshüter kommen. War aber jetzt schön. Überraschend ruhig. Das gefällt mir. So. Dann begeben wir uns nochmal... Da unten ist ein Wasserloch. Da kann... Können wir jetzt noch kurz gemeinsam baden. Na, sogar ein strömender Fluss. So. Rein mit uns. Rein mit uns. Rein mit uns. So. Ja, das gefällt dem Pferd. Ich muss aber kurz absteigen. Ja. Jetzt sind wir wieder sauber. Das fühlt sich gut an. Gut, im Moment fühlt es sich hauptsächlich nass an. Aber dennoch... So. Dann würde ich aber tatsächlich sagen, schönes Pferd. Schönes Pferd. Nein, doch nicht ins Wasser. Wie soll ich dich denn besteigen? Ist das jetzt dein Ernst? Den Wasserfall runter. Dem anderen Pferd hinterher. Lass das nicht entkommen. Jetzt dreht das um. Soll das ein Witz sein? Ich komm nicht zurück. Nein. Meine Hoffnung auf dem Pferd. Sie treiben dahin. Ach, scheiße. Kurz... Kurz hier kurz... Kurz hier kurz rumreiten können wir wohl auch nicht. Komm schon. Komm, du Gaul. Ich hab noch nicht aufgegeben. Ich hab noch nicht aufgegeben. Hab mir extra die Hände schmutzig gemacht. Ja. Und da ist noch ein schönes Pferd. Das ist ja vielleicht sogar besser. Du gehst mich auch noch ins Wasser. Was bist du überhaupt? Du bist ein richtig schöner, was? Ganz ruhig. Ich glaub, das Pferd backt ein bisschen. Zeuge, Ermittlung. Kein Zeuge. Keine Ermittlung. Bleib hier. Ganz ruhig, Brauna. Ganz ruhig. Ja. Ja. Ja, bist du ein Schönling. Bist du ein Schönling. Ein Tennessee Walker und kein guter. Ah, du siehst gut aus. Hier mit dir. Scheibenhonig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Bist du ruhig? Du beruhigst dich nicht. Beruhig dich. Beruhig dich. Beruhig dich. Na, Aljo. Er mit dir. Na, wunderbar. Ein schön gechecktes Pferd. Oh, hier war gar nicht der Aufstieg. Ja, ich ja gut. Oh, das Pferd ist hier draufgegangen. Warum? Das wollte ich nicht. So. Keine Zeugen. Kein Verbrechen. So, ich glaub nicht, dass das andere Pferd hier noch kampiert und auf uns wartet. Ja. Ein Rotfuchs. Oh, ne Hängebrücke. Ich glaub, hier bin ich noch nie rüber. Hey, da unten ist das andere Pferd, glaub ich. Ah, da komm mal hin. Vorsicht, ich muss umdrehen. Oh je, oh je. Mit zwei Pferden hier zu drehen, ist nicht ideal. Ah, wir haben hier ein paar Pferde-Wiederbelebungstränke dabei. So, wir kommen am besten jetzt da... Ah, einfach den Weg nach unten. Komm schon. Oh, ho, 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 ho. Ein guter Sprung. Aber lass das bitte. In Zukunft. Ich sollte hier auch wahrscheinlich Schrittgeschwindigkeit reiten. So, und was bist du? Bleib doch mal stehen, du Gaul. Das ist ein Morgen, also auch nicht besser als das, was ich hatte. Aber mir gefällt von meinem Pferd die Farbe extrem. Vielleicht ist es nur dreckig. Kann ich's bürsten? Ich glaub, das ist tatsächlich hier das Fell. Ja. Dann auf zu den Stellen. Oh, hier ist auch jemand vom Pferd gefallen. Das ist nicht gut. Passieren anscheinend sehr viele Unfälle. Hier. Oh, scheiße Zeuge, Ermittlungen. Ich komm nicht da rüber. Ja. Es ist zu spät, um mein Gesicht zu verschleiern. Ah, scheiße Mord. Wie will der das gesehen haben? Komm schon, du Gaul. Nein, Gesetzeshüter werden losgeschickt. Darauf hab ich jetzt gar keine Lust. schon. Ach, scheiße. Nicht absteigen. Mein Pferd. Mein neues. Wenn's mich ertrinkt. Ich glaub, wir können hier links hoch und dann... Jetzt sind wir auch noch gesucht. Ein Glück hab ich mein Gesicht verschleiert. So, aber jetzt ab durch die Hecke. So. Oh, und hinter mir kommen sie schon. So kommt man mit Verbrechen davon. Das war doch 1a von Gesetzeshütern entfleuchen. Äh, ja, Ausdauer meines Pferdes so am Arsch. Das hustet ja nur noch. Ihr Haferplätzchen. Alles wieder gut? Gut. Gleich... Gleich sind wir das Fahndungslevel los. Ah, den Brandy kann das Pferd nicht haben. Aber hier einen Zuckerwürfel. Das sollte doch einen Boost geben. Ja. Gut gemacht. Kleines. Ha. Sehr gut. Gesetzeshüter kann mich mal... Festbinden am Boden. Nee, ich will es nicht führen. Äh... Führen, beenden. Auf... Aufhören. So, mein kackender Gaul. Her mit dem Sattel. Sattel abnehmen mit H. So. Komm mal her, du... Besseres Pferd. Aufsatteln. So, in der Hoffnung, dass das jetzt nachhaltiger funktioniert und wir das Pferd behalten. Es ist mein Hauptpferd. So soll das sein. Namen kann ich im Club nicht geben, oder? Müsste vielleicht irgendwie gehen. Irgendwie ein Pferdemenü im Stall. Keine Ahnung. Klassisches Haferplätzchen. Musste ihm ja so viele Snakes geben, dass es so fett wird wie ich. So. Und da sind wir zurück in Valentine. Dann würde ich aber tatsächlich sagen, reicht das schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.